hallo alle zusammen die tanki 94 ist fertig für die liebe mel auf der einen seite gestimmt wie ein hang das geht also auch wenn ihr irgendwo beim anderen instrumenten ton leider hört sagt mir die töne dann kann ich euch das stimmen auf der anderen seite isländische zwiegelsänge zum ersten mal mit tiefen ton auch in der mitte und die optik hat sich die mel selbst rausgesucht dann machen wir mal eine kleine hörgrube wie immer und die andere seite die isländischen zwiegesänge ja wie immer wenn ihr interesse habt meldet euch bei mir gerade jetzt vor weihnachten maximal zwei stück bei euch noch wenn gutschein haben will kann sich auch gerne bei mir melden wer wirklich ein unikat als geschenk haben alles liebe bei